Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Krankenhaus. Ich arbeite in einem Krankenhaus. Ich arbeite in einem Supermarkt. Ich arbeite in einem Supermarkt. Ich arbeite in der Universität. Ich arbeite in der Universität. Ich arbeite in der Stadtverwaltung. Ich arbeite in einer Bank. Ich arbeite in einer Bank. Ich arbeite in einem Geschäft. Ich arbeite in einem Markt. Ich arbeite in einer Bank. Ich arbeite in einem Markt. Ich arbeite auf dem Feld. Ich arbeite im Gefängnis. Ich arbeite im Gefängnis. Ich arbeite im Gefängnis. Ich arbeite im Gefängnis. Ich arbeite in einer Anwaltskanzlei. Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite im Gefängnis. Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite im Gefängnis. Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite im Gefängnis. Ich arbeite im IT-Bereich. Ich arbeite im IT-Bereich. Ich arbeite im IT-Bereich. Ich arbeite in einem Modegeschäft. Ich arbeite in einem Modegeschäft. Ich arbeite in einem Zeitungskiosk. Ich arbeite in einem Zeitungskiosk. Ich arbeite in einem Restaurant. Ich arbeite in einem Restaurant. Ich arbeite im Schwimmbad. Ich arbeite im Schwimmbad. Ich arbeite im Schwimmbad. Ich arbeite im Schwimmbad. Ich arbeite auf einem Campingplatz. Ich arbeite im Schwimmbad. 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 Ich arbeite in einer Kinderkrippe. Ich arbeite in einer Kinderkrippe. Ich arbeite in der Landwirtschaft. Ich arbeite in der Landwirtschaft. Ich arbeite im Stall. Ich arbeite im Stall. Ich arbeite in einem Wasserkraftwerk. 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 Ich arbeite auf einer Ölplattform. Ich arbeite auf einer Ölplattform. Ich arbeite für eine Reinigungsfirma. Ich arbeite bei einem Autohersteller. Ich arbeite bei einem Autohersteller. Ich arbeite für ein großes Unternehmen. Ich arbeite für ein großes Unternehmen. Ich arbeite für ein großes Unternehmen. Ich arbeite in Baikonur. Ich arbeite für einen Fernsehsender. Ich arbeite bei einem Fernsehsender. Ich arbeite für einen Flugzeug und passedet. Ich arbeite auf dem Schlangenferlken. Ich arbeite bei einem Radio. Ich arbeite beim Radio. Ich arbeite bei einem Radio. Ich arbeite am anderen devozuhören. Ich arbeite in einem Ziténen. Ich arbeite in einem Verlag. Ich arbeite in einem Verlag. Ich arbeite für eine Zeitung. Ich arbeite für eine Zeitung. Ich arbeite für eine Aktiengesellschaft. Ich arbeite für eine Aktiengesellschaft. Ich arbeite für eine Aktiengesellschaft. Ich arbeite für eine Baufirma. Ich arbeite für eine Baufirma. Ich arbeite für eine Baufirma. Ich arbeite für ein Transportunternehmen. Ich arbeite für ein Transportunternehmen. Ich arbeite für ein Transportunternehmen. Ich arbeite für eine Autoverleiher. Ich arbeite für eine Autoverleiher. Ich arbeite für eine Autoverleihe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020